Sie leben und arbeiten mitten unter uns. Doch würde der Geschäftsführer Sie überhaupt erkennen? Die Kollegen Sie auf der Büroparty vermissen? Nein. Aber dann sind Sie plötzlich zur Stelle. Hallo IT. Hallo IT. Hallo IT. Schon mit Ein- und Ausschalten versucht? Haben Sie ihn schon aus- und wieder eingeschaltet? Haben Sie es schon mal mit einem kurz erzwungenen Rebooten versucht? The IT Crowds. Welchen Typen habe ich dort zu tun? Nur Fachidioten. Netter Bildschirmschoner. Ich bin die neue Leiterin dieser Abteilung. Ich bin der Chef dieser Abteilung. Ich dachte, ich wäre es. Sie wissen doch gar nichts über Computer. Geben Sie es zu. Hören Sie auf, meine Autorität zu untergraben. Sie werden dort reingehen und Ihre Arbeit tun, die etwas mit Computern zu tun hat. Von den Produzenten von The Office. Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen sage, dass ich einen Plan hätte, der Ihre Popularität um ganze 100% steigern würde? Das ist unmöglich. Sie sind total irre. Die Serie über die kreativsten, beliebtesten und höflichsten Kollegen. Die beknackte ***. Sie spinnen wohl komplett. Sie blöde kleine ***. Ich hätte schon öfter zu Alt-IT-Jungs runterkommen sollen. Ihr seid echt lustig. Ihr habt zum Tod lachen. So geht es hier eben zu, Jack. Lauter sexy Mitarbeiter, die nicht viel arbeiten, dauernder Fähren haben. Eine Bewusstseinserweiterung in Sachen Comedy. Und ihr seid gut klargekommen? Definiere gut klargekommen. Hat sie noch Interesse gezeigt, nachdem du ihren Computer repariert hast? Nein. The IT Crowds. Nein, nein, das war's doch. Das war's doch. Das ist es gewesen. Nein, nein, die Musik hört man, wenn er angeht. Nein, man hört die Musik, wenn er... Sind sie vielleicht schon vorgestern? Nein.